Hallo, ein Gruß von der Burg Staufen. Ganz oben, da hinten geht es ins Münstertal, der Ort Staufen selber. Dann die Weite des Rheintals, ganz im Hintergrund die Vogesen. Leider ist das Wetter heute nicht so prickelnd, aber da kann man halt nichts machen. Man kann sich das nicht aussuchen. Und da der Blick rüber bis zum Kaiserstuhl und Richtung Freiburg.